Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben sogar ein brandneues Produkt für Sie Und viele denken jetzt bei Fujitsu oder HP oder an andere Markengeräte Ist momentan nicht drin, ich weiß, im Urlaub ist mir zu teuer Bitte nicht abschalten Denn wir verraten Ihnen, wie sich jeder ein Markengerät leisten kann Stimmt's Ingo? Ja, wir fangen an Wir haben hier die ganzen Rechner schon mal aufgebaut für Sie Aber was ich Ihnen zuerst mal ans Herz legen will Ist diese Software Das nennt sich Franzis Vorsorgepaket Und auf dieser CD sind alle wichtigen Unterlagen, die Sie brauchen Das ist eine Patientenverfügung Es ist alles drauf Rechtssichere Verfügungen Testamente Betreuungsverfügungen Alles, wovon man hört und denkt immer Ah, das interessiert mich nicht Und das ist so umständlich Und da muss ich zum Notar und so weiter Nein, brauchen Sie nicht Das ist alles hier drauf Und Sie können das selber machen Das ist juristisch geprüft und auf aktuellem Stand Das heißt, die ganzen Dokumente, die man haben sollte Damit es nach dem Erbe keinen Streit gibt Ein Testament Damit Sie wissen, was mit Ihnen passiert Wenn Sie mal tatsächlich ins Krankenhaus müssen Was mit Ihnen passiert Ist alles auf dieser CD drauf Und das ist juristisch geprüft Wie gesagt, aktueller Stand Das können Sie selber machen Und das sind alles Sachen, die man wirklich machen sollte auch Weil man will ja nicht, dass es Streit gibt nach dem Erbe Man möchte genau so untergebracht werden im Krankenhaus Wie man das eben sich vorstellt Man möchte diverse Sachen eben genau so haben Wie sie eben Die müssen auch schriftlich festgehalten werden Und die müssen vor allem juristisch einwandfrei sein Und da hilft Ihnen diese CD Es ist kinderleicht Wir haben hier das mal installiert Diana, du hast uns das mal hier schon mal ein bisschen damit rumgespielt Das ist total einfach Sie sehen hier, das ist die Benutzeroberfläche von der Software Da haben Sie die Auswahl, ob Sie eben Formulare haben wollen Ob Sie Checklisten Es sind sogar Checklisten drauf Für Reise, dass man nichts vergisst und so weiter Ganz viele Checklisten Wir haben 140 Checklisten, lese ich hier gerade tatsächlich Ratgeber, wie man was ausfüllen soll und so weiter Und natürlich Formulare Jetzt gehen wir mal auf das oberste Das sind unsere ganzen Formulare und Vorlagen Und die sind, wie gesagt, alle juristisch geprüft, einwandfrei Da können wir dann tatsächlich eben juristisch sicher alles aufmachen damit Zum Beispiel eine Patientenverfügung Wenn wir das mal hier aufmachen wollen Und wenn Sie das jetzt sehen Das ist ein Deckblatt Da steht erstmal drauf Hier sehen wir es nochmal Das ist ein Deckblatt Und darunter sehen wir dann Hinweise dazu Was man als beachten muss dabei Und wenn wir weiter runter gehen Dann können Sie das ganz einfach ausfüllen Mit Ihrem Namen Also das ist dann hier eben, was man beachten soll Und das geht alles ganz, ganz einfach Oben trägt man seinen Namen ein Und damit geht das los So sind die ganzen Formulare hier drauf Dass Sie die ganz einfach selber ausfüllen können Ausdrücken können Und dann sind Sie auf der sicheren Seite Dann haben Sie eine Patientenverfügung Dann wissen Leute, wenn Ihnen was passiert Was damit zu tun ist Und das ist eben das Wichtige Dass man für solche kritischen Fälle vorgesorgt hat Und eben Dokumente Also juristisch einwandfreie Dokumente hinterlegt hat Es ist wirklich kinderleicht Das alles zu machen Gibt Ihnen Sicherheit Und Sie werden da durchgeführt Mit Hinweisen, wie das alles geht Dann drucken Sie es aus Und haben eben eine Patientenverfügung Die UVP liegt hier bei 60 Euro Weil es halt auch Das ist jetzt die Patientenverfügung Die wir mal ausgedruckt haben Dann eben Dieses Dokument können Sie dann ganz einfach hinterlegen Und dann haben Sie eine Patientenverfügung Das ist super Und das sollte wirklich jeder Egal wie alt oder jung man ist Man weiß nicht, was passiert Man weiß nicht, was passiert Man weiß nicht, ob man mal irgendwann im Krankenhaus ist Organspende Es ist alles dabei Was Sie hier mit dieser Patientenverfügung machen können Ein digitaler Nachlass Es ist für alles gesorgt Mit dieser tollen Dokumentenvorlage Und das sollte jeder machen Ganz einfach Wir haben jetzt hier das Ganze natürlich auf einem Rechner gemacht Da sehen Sie auch, Diana arbeitet daran Das ist unser Fujitsu Wie heißt er? Fujitsu S-Premio P520 Ist eine Neuheit bei uns Der ist das erste Mal im Fernsehen Und das ist ein Refurbished-Rechner Der für alle Anlässe geeignet ist Also das ist ein absoluter Allround-Künstler Kann man schon fast sagen Der natürlich einen modernen Prozessor hat Der hat das CD-Laufwerk Dass Sie die CD eben auch reinlegen können Und lesen können Von unserem Vorsorgepaket Ein toller Rechner mit riesengroßer Festplatte Ein Allround-Rechner Der wirklich fantastisch ist Und Ihnen all diese Sachen ermöglicht Mit online können Sie damit gehen Im Internet arbeiten Und wie gesagt Hier auch diese Formulare ausdrucken Es ist wirklich toll Unsere Refurbished-Rechner sind Gebrauchtrechner Wo Sie 24 Monate Gewährleistung drauf kriegen Gebraucht bedeutet jetzt nicht Die sind schon abgenudelt Sondern es sind Geschäftsrechner Die mal in Betrieb waren Von unserem Partner wieder aufbereitet wurden Jedes elektronische Bauteil wurde geprüft Hier sehen wir mal im Einspieler Wie unser Partner das macht Und dann stellen wir Ihnen eben diese zur Verfügung Zu diesem besonderen Preis Da haben wir jetzt ein Kontingent bekommen Das ist ein neuer Rechner für uns Und Sie bekommen die 24-monatige Währleistung Ein absoluter Allround-Rechner Der Ihnen hilft eben Bei solchen Sachen wie diese Vorlagen da auszufüllen Aber eben auch im Internet Sich sicher zu bewegen Sie kriegen natürlich einen Virenschutz dazu Können sich absolut sicher damit bewegen Toller Rechner Der eigentlich in jeden Haushalt gehört Wenn Sie keinen Rechner haben Dann holen Sie sich den am besten Wenn Sie nur einen Rechner haben Werden Sie festgestellt haben In den letzten Monaten Bei der Pandemie Dass vielleicht mal zwei Leute gleichzeitig arbeiten wollen Ob das jetzt mit Homeschooling, Homeoffice Da muss man sich abstimmen Holen Sie sich einen Zweitrechner Vielleicht sogar einen Drittrechner Rechner sind im Moment schwer zu bekommen Aufgrund der Chip-Krise Und Versorgungsschwierigkeiten Ich war letzte Woche mal Im Elektronikfachwagen mit einem Freund Der wollte sich eben auch einen Rechner kaufen Und es war fast nichts da Und wenn, dann waren das also billige Ich sage jetzt mal wirklich Plastikrechner Auf die man sich nicht verlassen kann Das ist ein ehemaliger Geschäftsrechner Der hat nur die besten Bauteile drin Ist absolut robust Und hält eben auch was aus Und zuverlässig Das ist eben das Wichtige Er ist ausgestattet Wie ein moderner Rechner sein sollte Also sogar überaus gestattet Dass Sie damit eben auch auf Jahre hinaus Noch sich sicher bewegen können Anne, wie viele Rechner habt ihr zu Hause bei euch? Zwei Du hast einen und dein Freund hat einen, ne? Ja, aber Naja, also wir haben ein Notebook und ein Tablet Ja, aber ihr würdet Mit einem Rechner würdet ihr nicht hinkommen, ne? Ne, weil man ja doch unterwegs auch mal arbeiten möchte, ne? Ja Und hier habe ich halt auch noch einen Firmenrechner Ja, und ihr könnt halt auch gleichzeitig arbeiten Das ist halt der große Vorteil, wenn man mehrere Rechner hat Diana, wie viele Rechner hast du? Äh, ein Laptop Ein Laptop Und Ein Desktop hast du auch noch, hast du mal gesagt, ne? Was habe ich noch? Ein Desktop-Rechner hast du auch mal noch Äh, zu Hause, ja Ja, zu Hause Weil eben so ein Desktop-Rechner ist fest installiert An dem kann man sich einfach hinsetzen und arbeiten Man sitzt da nicht auf dem Sofa, sondern sitzt richtig am Schreibtisch Das ist halt der große Vorteil von so einem Desktop-Rechner Diana, was hast du denn bis jetzt alles ausgefüllt? Die Notfallkarte Jetzt mache ich Notfallkarte Eine Notfallkarte Ja Eine Notfallkarte ist auch wichtig Das ist etwas, das legen sie in ihr Portemonnaie Da stehen dann die wichtigsten Angaben drauf Wer hat meine Patientenverfügung? Die können sie ja nicht ständig mit rumtragen Und die drücken sie dann aus und haben so ein kleines Boah, 1999 Was sie eben in ihrem Portemonnaie einfach tun Und wenn dann was passiert, dann wissen die Leute sofort Aha, da muss ich anrufen, der hat die Patientenverfügung Es gibt eine Patientenverfügung Sonst machen die nämlich, was sie wollen Hier gibt es auch Betreuungsvollmachten Alles in dieser tollen Software Wie gesagt, mit diesem Rechner ist das natürlich einfach zu machen Ein moderner Rechner, der über Jahre hinaus Ihnen Freude machen wird Mit modernem Prozessor, riesengroßer Festplatte Und eben, was auch wichtig ist Hier finde ich immer wieder wichtig Dass er ein CD-Laufwerk hat Oder DVD-Laufwerk sogar Wo wir diese Software dann eben auch laden können und starten können Das ist richtig gute Technik hier von Fujitsu Fujitsu ist ein Markenrechner Das ist eine Firma, die hat sich mal gegründet zwischen Siemens und einer japanischen Firma Und seit 1995 baut Siemens diese Rechner Das ist also ein Hochqualitätsrechner Super schick hier mit diesem Fujitsu-Logo und diesem roten Rahmen Das ist so das Markenzeichen von Fujitsu Dass Sie immer so einen roten Rahmen irgendwo haben Toller, toller Rechner Kann man nicht anders sagen Absolut Und das ist noch mal knapp 30 Euro Preis als Sparnis Versandkostenfrei das Ganze Und es ist ein Markenrechner von Fujitsu Die bestellen immer aus die REF 2434 Und die 5, 6, 9 Und unser Kollege Ralf Janssen Der sagt ja immer Leasingrückläufer kaufen ist cleveres Kaufen Und das stimmt Weil man bekommt hier alles Ja Sie haben ja trotzdem auch die 24 Monate Gewährleistung Also wir machen hier alles richtig Und du hast uns passend dazu noch einen Monitor mitgebracht Ja genau Zum Rechner gehört natürlich ein Monitor Und wenn wir auch sehen können, was wir da machen Das hier ist ein Hewlett Packard Ein HP Monitor Der, also HP ist schon mal ein riesengroßer Name Im Geschäftsbereich und auch natürlich im Privatbereich Die machen seit, ich weiß nicht Ich glaube seit den 50er Jahren machen die Computer Wir sehen hier die Notfallkarte Ist ein 24 Zoll Monitor Das heißt, da haben Sie richtig viel Platz Was zu sehen Der ist also so groß wie ein Fernseher früher Würde ich mal sagen Und jetzt will ich mal Der lässt sich natürlich auch verstellen hier Er lässt sich neigen Er lässt sich in der Höhe verstellen Und natürlich auch drehen Aber jetzt will ich Ihnen mal einen Trick zeigen Den Rechner kann Den Monitor kann man nämlich auch drehen So Diana, drückst du jetzt mal gleichzeitig Steuerung, Alt und den Pfeil nach rechts Steuerung, Alt und Den Pfeil nach rechts Warte mal So viel Finger hat Diana gar nicht Und Sie sehen, jetzt dreht sich das Und wenn ich jetzt den Monitor drehe Anders mal G Sehen Sie das? Dann sehen Sie nämlich auf einmal ein ganzes Dokument Wenn Sie diese Tastenkombination benutzen Dann dreht sich das Bild um 90 Grad Und jetzt sehe ich nicht nur die obere Hälfte Wie beim normalen Sondern ich kann hier plötzlich eine ganze Seite sehen Das ist natürlich viel komfortabler damit zu arbeiten Das ist die sogenannte Pivot-Funktion Die hat dieser Monitor eben auch Es ist ein ganz ganz toller Monitor Hier mit diesem tollen IPS-Display IPS bedeutet hier haben wir also Besonders gute Farbwiedergabe Viel mehr Farben als ein LCD-Monitor Und auch größere Kontraste Das heißt es ist wirklich super zu lesen Auch für Fotos, Schriftstücke Alles zusammen dabei Und wie gesagt Wenn man jetzt so ein Formular von unserer Software ausfüllt Ist das natürlich einfacher Wenn man die ganze Seite auf einmal sehen will Wenn man das wieder umstellen will Drückt man Steuerung, Alt und den Pfeil nach oben Diana, mach mal Ja Und schon haben wir es wieder Wie wir es haben wollten Wusstest du den Trick? Ich wusste den Trick nicht Ist toll, ne? Ist super Also gerade wenn man auch länger am Rechner sitzt Das ist natürlich auch viel viel komfortabler Allein dieser riesen Monitor Ist schon sehr sehr bequem Auch für die Augen Weil also gerade wenn man länger am Rechner sitzt Verdippt man sich auch die Augen Wenn man zu lange auf so einem kleinen Display klebt Man kennt das vielleicht vom Handy Dass man danach mal denkt Wenn man lange am Handy gehangen hat Oh, das ist nicht gut für die Augen Aber das ist wirklich sehr sehr angenehm Ne, es ist vor allem auch wichtig Weißt du, dass man genau im richtigen Richtig zum Monitor sitzt Und weil der so viel so verstellbar ist Kannst du dem in der Höhe neigen und so weiter Man sitzt ergonomisch am besten Wenn der Monitor auf Augenhöhe ist Sonst bekommt man eben mit dem Rücken, mit der Schulter Mit den Armen Probleme Das ist eben das Tolle hier bei diesem Monitor Dass man den eben so flexibel auch noch verstellen kann Das macht einen Unterschied Es macht einen Unterschied, ob man den Monitor eben nicht richtig sitzt Hier kann man immer richtig sitzen Und man hat das ganze Dokument im Blickfeld Was fühlst du denn alles aus, Diana? Beim Nennen der Arzt Den Arzt, ja Das ist alles Information, die so wichtig ist Auf dieser kleinen Karte, die man im Portemonnaie haben sollte Das ist eben, dieses Vorsorgepaket ist wirklich unglaublich Das ist so wichtig, dass man das hat Und da ist alles zusammen auf einer CD Und das für einen super, super Preis Ist auch schon sehr stark nachgefragt, höre ich gerade Herr Pierre-Michel Ja, alles richtig gemacht, lieber Pierre-Michel Und auch hier alles richtig machen beim Monitor Weil der ist super komfortabel Und man sitzt automatisch ergonomisch richtig Also greifen Sie jetzt zu Auch gerne hier bei unserem Francis-Vorsorgepaket Mit den Checklisten Also das ist natürlich super Wir haben vorhin sogar auch gesehen Bei den Checklisten, was man für den Urlaub braucht Ja, genau Also da ist man ja manchmal auch total zerstreut Und gerade für Sie ist übrigens auch der Monitor eingeblendet Also 149 Euro ist natürlich ein super Preis Sie sparen jetzt 62% gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers Wir haben allerdings für Sie noch etwas vorbereitet Jetzt kein Leasing-Rückläufer, aber ein Neugerät Beziehungsweise unsere Tastatur und Maus Ja, das ist natürlich super komfortabel hier mit der Tastatur und Maus Weil die kabellos sind Weil so ein Kabel, das stört immer auf dem Tisch Man ist auch begrenzt damit, diese Tastatur hat 10 Meter Reichweite Und damit kann man eben mal die Tastatur auf dem Schoß haben Man muss keine Angst haben, dass man irgendwas umschüttet mit dem Kabel Das ist mir mal passiert Das wird jetzt die Regie nicht überraschen Ich habe einen kleinen Ruf hier mir erarbeitet, dass ich etwas paddelig wäre Das stimmt aber nicht Und so eine Tastatur und Maus ist optimal Damit kann man natürlich am besten arbeiten Die Tastatur ist ausgesprochen leise als extra Feature noch dazu Die Maus liegt super in der Hand, ergonomisch geformt Hat 10 Meter Reichweite, wie gesagt Und ist die ideale Ergänzung Auch wenn Sie eine Tastatur schon haben Kann man immer nur sagen Wechseln Sie die Tastatur bitte einmal im Jahr Oder spätestens alle zwei Jahre Weil die wird nie sauber gemacht Sie glauben nicht, was da alles für Bakterien drauf sind Weil jeder fasst die Tastatur und die Maus an Die werden aber nie richtig sauber gemacht Kann man ja auch gar nicht Wie will man denn zwischen die Tasten kommen da Es sind mehr Bakterien auf so einer Tastatur als auf Klobrillen Das ist ein bisschen eklig, ist aber leider so Habe ich gelesen und das ist eine komische Vorstellung Deswegen, also ich wechsle meine Tastatur und Maus einmal im Jahr Weil es einfach hygienischer ist Gerade jetzt in der Pandemie Legt man ja auch nochmal extra mit Wie machst du das für ein Notebook? Schmeißt du das Notebook weg oder was? Ein Notebook ist eben so eine Sache Ich habe auch eine Tastatur und eine Maus für meinen Notebook Oder desinfiziert man das dann, ne? Ja, ein Notebook, da bin ich mir aber auch ziemlich sicher Dass ich der Einzige bin, der daran arbeitet So eine Tastatur und eine Maus, die liegt halt auf dem Tisch Aber großer Vorteil, hier ist eben, es ist kabellos Und Diana hat es uns schon gezeigt, es ist super leise Man hört gar nichts, ne? Normalerweise, wenn man jetzt sich ein Großraumbüro mit Menschen teilt Dieses Klicken, das ist ja fürchterlich Ja, und dann eben, man braucht eine Tastatur und Maus Natürlich, um die Formulare auszufüllen Man braucht sie für einen Desktop, um eben die Eingabe zu machen damit Hier ist ein super Angebot Also wie gesagt, drahtlos Tastatur und Mauskombination Super leise Tastatur Sollten Sie einfach dazu bestellen Und wenn Sie schon eine Tastatur und eine Maus haben Wechseln Sie sie einfach mal aus, aus Hygienegründen Die Bestellnummer ist die PX4180 und die 560 Für die Kombination aus Tastatur und Maus Das ist jetzt natürlich für Liebhaber, die sagen Mensch, ich arbeite von zu Hause aus Ich habe mein Arbeitszimmer Ja, und dann brauche ich auch die Ruhe für mich Ein großer Monitor, einen Rechner Und das natürlich jetzt mit Magenqualität, ganz klar Dann gibt es aber wieder die Menschen, die sagen, ich bin viel unterwegs Ich schaue auch ganz gerne abends mal auf dem Sofa Über mein Notebook Vielleicht die Lieblingsserie Ich streame oder ich schaue mal ab und zu online was nach Oder die Kids, die vielleicht mal was recherchieren müssen Für die Schule, ja Oder für das Referat Und da ist natürlich so ein Notebook perfekt dafür geeignet Und wir haben zwei Markerechner jetzt für Sie Und das sind wirklich Sahneschnittchen Ja, wir haben hier zwei Notebooks für Sie Das eine ist ein Fujitsu Das andere ist ein HP-Rechner Ich zeige Ihnen erstmal den Fujitsu Sie sehen erstmal, der ist also sehr komfortabel und praktisch Den kann man einfach mitnehmen Das ist ein Rechner zum unterwegs sein Aber eben auch zu Hause mal zu arbeiten Auf die Schnelle Und das ist hier ein Fujitsu-Rechner Fujitsu, hatte ich Ihnen gesagt Das ist eine Zusammenführung zwischen Siemens und einer japanischen Firma Also absolute Markenqualität hier Siemens baut diese Rechner seit 1995 Und auch dieser hier ist ein Geschäftsrechner Der eben sehr robust ist Der für Qualität gemacht wurde Der auch sehr schick aussieht So ein Geschäftsrechner ist ja ein repräsentativer Rechner Man kann ja nicht mit irgendeiner Gurke Plötzlich auf Geschäftstreffen auflaufen Der sieht also sehr schick aus Und ist eben robust und beste Qualität Weil man kann nicht einfach eine Präsentation halten Und sie nicht auf den Rechner verlassen Der muss verlässlich arbeiten Da sind also nur die besten Bauteile drin Nur die robustesten Bauteile Ich zeige Ihnen den auch mal hier von der Seite Wie schön der ist Der ist also super flach Und was besonders hier an diesem Rechner ist Ach, hier hinten sehen wir nochmal das Fujitsu-Logo Und ich hatte Ihnen gesagt Fujitsu hat hier diesen roten Rand Das sieht natürlich super elegant aus Hat diese Aluminium-Optik Scharnier sind auch gut Das ist eine Sache, wo Sie bei Laptops unbedingt drauf achten sollten Wenn Sie einkaufen Dass der vernünftig verarbeitet ist Das ist halt ein Geschäftsrechner Das heißt, den kann man also wirklich auch auf und zu machen Ohne dass das Scharniere kaputt gehen Das ist ein großes Qualitätsmerkmal hier Dann haben wir an der Seite ein CD-Laufwerk Was auch nicht normal ist für Laptops Und hier, schauen Sie mal, wie schön die Tastatur ist Das ist eine weiße Tastatur Hier mit dieser Aluminium-Optik Richtig schick und auch hier Wir haben die Patientenverfügung wieder auf Ist ganz einfach Können Sie diese Software, diese Vorsorge-Software eben machen Bearbeiten und auf der sicheren Seite sein Das ist einfach ein fantastischer Rechner hier Auch der hat einen modernen Prozessor drin Genug Speicher und eine riesengroße Festplatte Mit der Sie eben wirklich verlässlich auf Jahre hinaus auch arbeiten können Sie bekommen Windows dazu Sie brauchen nichts extra zu installieren Der hat Textverarbeitung Der hat einen Internetbrowser Er hat alles dabei Hier können Sie übrigens sogar eine SIM-Karte reinstecken Das heißt, wenn Sie kein WLAN haben Kaufen Sie sich einfach eine SIM-Karte vom Discounter Und sind damit überall auf der Welt Also zu Hause zumindest Im Internet Oder wenn Sie in einem anderen Land sind Kaufen Sie sich da eine Prepaid-SIM-Karte Und können damit dann eben auch surfen Zu dem Rechner gibt es Und das muss ich auch mal eben erklären Eine sogenannte Docking-Station Oder auch Port-Replikator nennt sich das Das ist ein Ständer für den Laptop Mit dem Sie dann plötzlich Diese ganzen Stecker sind dann mit dem Rechner verbunden Nur durch rauflegen Wir sehen hier Strom Wir sehen USB Wir sehen Monitore Das heißt, das sind alles Sachen Die schließen Sie hier an die Docking-Station an Und nicht an den Rechner Wenn Sie den Rechner nämlich nach Hause bringen Brauchen Sie nicht alle Stecker einzeln hinten reinzustecken Sondern stecken die einfach in die Docking-Station vorher Und nur durchs Reinsetzen Haben Sie dann plötzlich den Monitor schon angeschlossen Den Drucker schon angeschlossen Vielleicht eine Maus und Tastatur Externe Festplatten Es gibt ja so viele Peripheriegeräte Die man sonst einzeln immer reinstecken müsste Wenn man den mal irgendwo hin mitnimmt Hier kann man einfach die Docking-Station benutzen Sie setzen den rein Und sofort alles verfügbar Er wird geladen Sie brauchen eigentlich nichts anderes dann mehr Diese Docking-Station ist dabei Und natürlich eine sehr elegante Wie ich finde Laptop-Tasche So eine Laptop-Tasche ist eben wichtig Damit der sicher transportiert werden kann Und nicht kaputt geht Die ist richtig dick gepolstert Da ist viel Platz drin Dass wir den Rechner reintun können Und vielleicht noch ein paar Dokumente Das ist ein super Angebot hier Alles zusammen mit diesem Rechner Können Sie zusammen kaufen Zum unglaublichen Preis Und das sind 499,99 Euro Da sind die Versandkosten dabei Da sind selbstverständlich 24 Monate Gewährleistung dabei Und das ist hier ein Markengerät von Fuji Sie haben es auch anhand der Leistungsdaten gesehen Also Sie kaufen auch hier keine veraltete Technik Ganz im Gegenteil Docking-Station ist dabei Natürlich auch die praktische Tasche Und was Sie heute sparen Das schauen wir uns gemeinsam auf Pearl.de an Denn das ist eine ganze Menge Schauen Sie mal 550 Euro auf Pearl.de Das ist ja Online-Preis Und bei uns jetzt nochmal 50 Euro gespart Aber Sie sparen ja sowieso Weil Sie sparen 69% Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers Das ist natürlich ein Wahnsinn Greifen Sie jetzt zu Die Bestellnummer ist die REF 1489 Und die 569 für einen Markenrechner von Fujitsu Und ich meine für so ein No-Name-Gerät Was man im Supermarkt irgendwo käuflich erwerben kann Da gibt man ja auch schon 500, 600 Euro aus Und meistens ist dann so nach Ablauf der Garantie Gehen die auch irgendwann kaputt Das ist ja eben das Tolle Weil wenn man Markenrechner kauft Das gibt dann immer so ein sicheres Gefühl Ja das ist es ja Du kriegst Rechner im Supermarkt Oder auch in der Preisklasse im Supermarkt Oder beim Elektronikhändler Ihrer Wahl Aber in der Preislage sind das dann halt Ich sag mal Plastikrechner Das heißt die Tastatur geht vielleicht irgendwann kaputt Die Scharniere brechen Das ist halt ein verlässlicher Geschäftsrechner Der wirklich für Sie funktioniert und einfach toll ist Die Bestellnummer ist die REF 1489 und die 569 Und ich finde es auch eine schöne Größe um es mitzunehmen Die 14 Zoller Es ist nicht zu groß, nicht zu klein Man kann es überall mit hinnehmen Man kann es aber auch mal zu Hause nutzen Um im Internet zu surfen, Überweisungen zu tätigen Die Lieblingsserie, Stream, egal was Man kann alles damit machen Und wie gesagt ist auch noch versandkostenfrei Mit Tasche, mit Dockingstation Da ist einfach alles dabei Und dann hast du uns noch ein zweites Notebook mitgebracht Das hat es mir persönlich angetan Wir drehen unseren Tisch mal Das ist ja sehr praktisch hier Das ist unser HP ZBook 15 Moment, ich muss meine Moderationskarte natürlich haben Auch das ist wieder hier Ein Qualitätsrechner aus dem Hause HP diesmal Das sind halt die großen Namen, die wir Ihnen hier anbieten HP hatte ich schon gesagt Die machen seit den 50er Jahren Rechner Und schauen Sie mal, wie elegant der auch wieder daherkommt Ist auch ein Geschäftsrechner Diesmal haben wir eine Bildschirmgröße von 15 Zoll Das heißt, das ist ein bisschen größer Und der Vorteil bei den 15 Zollern ist Guck mal, die haben hier an der Seite noch Platz Für dieses numerische Zahlenfeld Oh ja Bei 14 Zollern sieht man das nicht Weil da einfach kein Platz dafür ist Aber auch hier wieder beste Markenqualität Super robust, super stabil ZBook, die Serie von HP Ist eben die Geschäftsrechner-Serie HP macht auch Verbraucherrechner, sage ich mal Die eben dann auch, sagen wir mal Auf dem niedrigen Preisniveau sind Aber dementsprechend auch nicht so gut verarbeitet sind Auch hier wieder Die Scharniere sind richtig aus Metall Die halten richtig was aus Sie sind militärisch Nach US-militärischem Standard getestet Das bedeutet Das bedeutet, dass die also Temperaturschwankungen abkönnen Und eben, da ist es nicht so schlimm Wenn die mal beim Autofahren vom Beifahrersitz runterfallen Die sind robust Die halten richtig was aus Und eben wieder die besten Bauteile drin Das heißt, da können sie sich drauf verlassen Dass der in Jahren auch noch super funktioniert Sie sehen hier die ganzen Werte Will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen Aber sie hat alles, was man braucht Eben auch, um ins Internet zu gehen Jetzt sehen wir mal die Werte hier Damit sind sie auf Jahre hinaus gut versorgt Und ist eben auf Jahre hinaus zukunftssicher Das ist ja wichtig Ja, das ist sehr, sehr wichtig Und auch hier sehen Sie nochmal anhand der Technikdaten Neueste Technik Der i7 Prozessor Ja, eine riesen Festplatte Das für 749,99 Euro Sie sparen hier 73% Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung Das ist wirklich ein leistungsstarker Rechner Ein bisschen größer mit 15 Zoll Also auch sehr komfortabel Wenn man länger mal arbeiten muss Und das jetzt hier eben für diesen Preis Kommt auch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause Und selbstverständlich mit 24 Monaten Gewährleistung Schauen Sie, wenn Sie irgendwo was im Internet kaufen Das ersteigern hat man niemals eine Garantie Da ist das so gekauft wie gesehen Und wenn hier was ist, haben Sie ganz einfach 24 Monate Gewährleistung Also hier sind Sie auf der sicheren Seite Ja, das ist es ja Du kannst eben, wenn du beim Nachbarn auf dem Flohmarkt Im Internet-Auktionshaus was kaufst Kriegst du vielleicht auch so einen Preis Aber du hast halt nicht die 24 Monate Gewährleistung Und auch dieser Rechner ist natürlich wieder dafür geeignet Hier unsere Vorsorge-Software laufen zu lassen Weil er auch ein CD-Laufwerk hat Das heißt, die Software können Sie laden ganz problemlos Was haben wir denn hier gerade? Ach, hier haben wir eine Bank vollmacht Das ist ja auch ein wichtiges Dokument Es ist eben, in dieser Software ist alles drin Und das können Sie auf allen unseren Rechnern machen Wie gesagt, dieser HP-Rechner ist ein Sahnestückchen hier Der ist eben von der Leistung und von dem, was verbaut ist, sehr, sehr gut Das sind richtig gute Tasten Da klappert nichts Das wird auch nicht ausleiern Und wie gesagt, die Scharniere und Verarbeitung sind einwandfrei Ich finde den auch sehr elegant hier Wenn wir mal die Rückseite angucken Wir haben hier dieses Metall mit leicht gummiertem drumherum Und natürlich das tolle HP-Logo hinten drauf Da sieht jeder, dass sie was ganz Besonderes haben Wenn sie da mit dem Café sitzen Wen speziell würdest du diesen Rechner dann empfehlen? Ich denke, es ist ein ganz großer, toller Allround-Rechner wieder Der ein bisschen größer ist als unser Fujitsu Das heißt, vielleicht werden Sie ihn nicht mehr so gut sehen können Aber von der Leistung her natürlich auch Da laufen dann Spiele ein bisschen flotter Weil er halt eine Grafikkarte hat, die das kann Aber wenn Sie Es ist wieder ein Allround-Rechner, der ein bisschen aufgepusht ist Noch von der Leistung Zum Beispiel für Spiele Zum Beispiel für Videoverarbeitung Aber es ist halt so Du kriegst hier, kriegst du einen Rechner zu einem Preis Der normalerweise drei, vier Klassen höher ist Das ist ganz einfach Wir gucken mal auf pearl.de und da können wir eben auch den unverbindlichen Preis mal sehen Ja, 850 Euro Der Preis auf pearl.de und die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ist 2800 Euro Das ist das, was die kosten normal Aber wenn man 2800 Euro Da ist ja mal eben ein Einkommen komplett weg Jetzt sparen Sie 100 Euro Wo spart man denn noch so viel Und man kann ja zum Beispiel auch jetzt schon mal an Weihnachten denken Es gibt ja auch viele Kinder, die sich dann die Rechner wünschen Weil heutzutage ist das ja schon fast Pflicht in der Schule Hat man auch mal ein Weihnachtsgeschenk, wo man sagt Mensch, da tut sich die ganze Familie zusammen Ja genau und du brauchst es vor allem nicht zu warten Die sind verfügbar, die können Sie jetzt anrufen Die kommen versandkostenfrei zu Ihnen Es ist halt, es ist ja im Moment so Dass diese Versorgungsengpässe überall sind Sie wissen das von der Autoindustrie Da ist Kurzarbeit, weil die Chips nicht kommen Bei Computern natürlich ganz genauso Diese Rechner sind alle drei verfügbar Und hier sehen wir die Werte nochmal Diese Rechner sind verfügbar Wenn Sie anrufen, sind die Ich würde sagen am Wochenende schon bei Ihnen In wenigen Tagen Wir werden heute verpackt und dann losgeschickt hier Egal ob das jetzt der HP oder einer von unseren beiden Fujitsu Geräten ist Es macht einfach Sinn, so einen Rechner zu kaufen Weil du hier so viel Wert kriegst für so wenig Geld Selbst wenn man noch so eine alte Klappe Möhre hat Das kennt man vielleicht von zu Hause Da braucht es ewig, bis der hochfährt Und bis man irgendwas öffnen kann Das macht dann auch keinen Spaß damit Das ist modern, das ist zeitgemäß Und das heute zu diesem Superpreis Greifen Sie jetzt zu Ja und das ist eben Greifen Sie zu, weil die sind verfügbar Es sind alles drei Super Qualitätsrechner Die Vorsorge-Software Will ich gerne auch nochmal erwähnen Der eine Der Monitor kostet glaube ich 149 Euro Ab 150 Euro haben wir Versandkostenfreie Lieferung Wenn Sie die Software dazu bestellen Dann rechnet die sich im Prinzip schon von ganz alleine Oder die Tastatur mit der Maus Oder die Tastatur mit der Maus Ganz genau Super Angebot Finden Sie Ihre Kombination, die zu Ihnen passt Ja und dann müssen Sie jetzt noch den Telefonhörer finden Denn Sie können jetzt telefonisch bestellen Unter der kostenfreien Hotline 0800 51 51 und 3x4 Oder noch bequemer ist es natürlich online unter www.pearl.tv Und vielleicht bestellen Sie demnächst auch mit Ihrem neuen Rechner Oder schauen den Pearl TV Livestream Wer weiß, auf jeden Fall erleichtert es das Leben Rufen Sie jetzt an Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit Und dann können Sie auch noch ein bisschen